so mahlzeit freunde wir spielen eine neue runde moving out und kann ich nichts machen ich muss die lehrtasse drin was passiert hier den umzug simulator spielen wir hier ich krieg erst mal die ganzen autos hier weg so wir sind die letzten folge haben wir den plus hier überquert und können wir jetzt den neuen teil des wollten glaube ich in dieses büro gebäude gehen ja genau das spukhaus das atari büro okay dann machen wir das mal so müssen 21 gegenstände im bestenfalls in vier minuten 20 schafft okay so wie ging das spiel noch mal oh mein gott mit geistern okay ich bin hier die prinzessin und ich habe mal das auf dem kopf interessiert uns nicht so müssen wir dann überhaupt hin müssen das zu dem aufzug bringen oder was sinnvoller wenn das alleine mal hier hier muss das bringen ja in dieses ding ja wohl glaube ich ein aufzug sein oder so keine ahnung die erste scheibe ist kaputt mein gott kannst du die glas scheiben auch laufen geht schneller da oben ist schon wieder so eine röhre vielleicht sollten wir die gleich als erstes nehmen mein gott nein der geist oh mein gott der bringt mich was ist das denn da muss halt ohrfeigen kackviech guck mal den geist gute idee was passiert hier sagt ein rinder eine kartoffel so den sessel schaffe ich auch noch alleine schätze ich mal folgt mich da der geist haben wir denn hier noch oh gott wie groß ist das scheiß ding großes büro gebäude wir können auch sachen werfen das geht schneller und ich nicht werfen das ist zu schwer so weg mit der tür das war irgendwie nicht so gut oh mein gott geh weg ich habe auch noch so einen wald da die her ziehst den druck habe ich sagen kommen den werfen darunter bleibt immer gut ich halte klar wir können dir noch einfach hier die idee die rampe runter schicken nein welche haben wir werden ja ich ja und ob es perfekt und sogar tatsächlich ganz hier den akade denkt ja mal auch werfen würde ich sagen genau seitlich an doch und hops aber hier noch ein bisschen was haben wir hier oben hinten noch was so damit rein hier auch scheiße hier hinten ist noch so ein wasserspender die müssen wir mitnehmen jetzt mal die ganzen kleinen kartons hier rein nach diesem job esse ich mir eine pizza mit ananas nein die weg geist wow ich komme halt nicht über die rampe hier ist wieder der goldfisch goldfisch das ist eigentlich so ein wasserspender war da ist ja wieder ach so wird es ein goldfisch okay bleibt dran oh noes wir haben schon total verkackt viel zu langsam sind wir gold schaffen wir auf jeden Fall nicht aber wir schaffen das vielleicht noch in silber warte ich helfe dir danke so bin da nein so jetzt der aufzug macht mich wahnsinnig ey das gibt es doch nicht so komm ich da nicht rein lass es mal hier warte mal hier rechts da so ja hier bei mir das geht nicht jetzt aber warte können wir es werfen ah ja 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 das müssen wir aber wahrscheinlich werfen so so den automat noch und den drucker noch nicht mal silber vor dem müssen wir aber werfen yes okay du musst aber wieder rausgefallen jetzt kein foto vom geist gemacht verschlage keine fenster okay wir haben kein foto vom geist war aber auch nicht schnell war scheinbar kein revenant umzüge versammelt euch yes super moveboard 5000 ja dann macht der doch jetzt die ganze arbeit ne 8-haarige büro okay ja guter einstieg schon mal wieder schreckensguthof genau da sieht das schon so aus als würdest du auch wieder spuchen yes will da nicht rein doch 19 gegenstände das sieht aber auch wirklich aus wie so eine map von pasmophobia so was passen okay wir haben irgendwas großes mit oh gott was passiert hier was ist für die ganzen großen sachen hier nehmen wo müssen wir denn hin damit wahrscheinlich ne da links großen sachen willst du mitnehmen ja erstmal alles was hier steht das alleine ja kannst du die bank auch allein ziehen nö vielleicht werde ich dir erst mit der bank die auch immer grinsen wenn die irgendwas tragen die freuen sich halt ja was ist das denn hier was ist das denn spüle laufen weg jo da laufen die auch bei dinges weg wir müssen das bett damit nehmen die couch da aus dem der stuhl haut ab es hat geklappt jetzt sehr hat das schulamt er hat gleich wieder wahrscheinlich nicht oh mein gott ich werde vom klavier attackiert ernsthaft ja die zwei stühle sind abgehauen oh mein gott lass uns mal den kühlschrank nehmen hier hinten auch der hau haben aber ein zweites wahrscheinlich nicht mein gott bist du toll die stühle in der wohnung aber die hinten noch ich werde hier vom klavier attackiert das scheiß klavier klavier verpiss dich so du nehmen wir noch mit so ich glaube dann haben wir oben nur noch das bett wenn ich das richtig gesehen habe an er doch nicht hier sind noch mehr bett schwebt auch scheiß geistige mit total auf dem sacke haben wir noch einzeln da oben oder ist das bett warte ich komme mit wegen dem bett da ist noch ein sessel ah jo den sessel den habe ich gar nicht gesehen einfach runter da wir hängen los gott diese kackstühle bleibt hier so du bleibst da schön drin kackst du noch den anderen so auch zu zweit machen meine fresse die dreckigen stühle sehr schön rechtschaffen selber ist so können die geister in frieden ruhe ist zum mittagspause okay es zeit ohne ziele freigeschaltet an ein geist haben wir eingefangen konnte man mitnehmen gute neuigkeiten sehr schön rund will 18 gegenstände in sechs minuten erstmal hier müssen wir das bett für dich sagen wo müssen wir denn damit hin gehst du mal vor kopf da rechts können wir doch raus oder scheinbar nicht hier so glaube ich doch gar nicht so eine schlaue idee lass uns erstmal die ganzen einzelnteile hier mitnehmen das ist ja gerade hier ist schon so verkackt ok koffer nicht mehr mit hop 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 So, machen wir noch irgendwas Große Couch Einziger Stuhl Nein, geh weg, du Kackgeist Oh Gott So Das, du Sau Dieses Bett hier nicht mehr weg, Gottverdammt Geht weg, die Kacktür, was ist denn das? Der Geist kommt Nein Kopp schon Ich klemme Wisst euch, ey, ihr Kackgeist Hier sind hier nur noch so zweier Möbel, Mann Ja Meine Güte Vielleicht hätten wir durch die Tür gehen sollen Aber warte mal So, jetzt aber Was da tue ich jetzt? Yes Stop So Skill, Mann Skill, Mann No Echt Mann Lass dich doch nicht von jedem Ah, Gott Ja, Mann Lass dich doch nicht von jedem dahergekommenen Geist Catchen Ja, echt Scheißviech So Das war schon mal Bett 1 von 2 Ich will denn so nur noch mal einen weiteren Namen So Machen wir das Oh, sorry Oh, ja Ist klar Sorry, Auto Lass doch nicht drüber werfen hierher, oder? Bestimmt Oh Und Hops So Like a boss Warte, wir werfen das da rüber Und 1 Und 2 Und 3 Hops Perfekt So, hier war noch ein Koffer Hier ist noch eine Kiste Hier ist noch ein Och Gott Eine Couch Oder was auch immer das da ist Nein Scheiß Geister Also noch zwei Couch Jetzt machen wir den Kopf Oh nein Oh, ich habe es in Wasser geworfen Ich depp Oh Oh mein Gott, muss ich den Kopf ausgerechnet ins Wasser schmeißen? Ja Geh weg Hier ist noch Hier ist eine Couch Zwei Mann Und das, du Spassi Geist, Geist, Geist Und er lässt sich wieder catchen Nein! Und er lässt sich wieder catchen Oh, stirb Was ist das? Was ist das? Stupfe Geräusche auch immer Oh Gott, oh Gott, oh Gott Wären wir wahrscheinlich werfen müssen, oder? Ja Und los Pfff Bam Perfekt Hinten das komische Oh, oh Und EI Das ist ja noch mehr Gott Wir sehen ja Na noch, ein Kühlschrank auch noch Wir sollten erstmal die schweren Sachen nehmen Ja, Moment Ich schmeiß das Ding nur hier vorne Ich schmeiß das Ding nur hier vorne sch- Oh Komische Bagel-Ding hier Ah, ich hab den doch geslappt, Mann Werfen? Mhm Und los Ja Können wir vielleicht sogar noch schaffen in der Zeit Go, go, go Schaffen wir noch Sehr gut Übelst Geil Übelst Geil Heißt, da können keine Gisten-Taps passieren, sie greifen immerhin durch Vielleicht sind sie deswegen alle so traurig Ja Ja, bestimmt Haha Jetzt wird doch noch abgeräumter Sehr nice Bring über den Teich Ja Und hier kein Kunstwerk Nein, ja So Freunde, das war eine weitere Folge Moving Out mit uns Team Project Emma Gaming Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao